Ich bin drin. Ja, schön. Wie benutze ich das denn? Wie benutze ich deine Teatpack? Das würde ich dir jetzt sagen, aber ich sage es dir nicht. Hallo, Ultimate. Ich habe auch eine Uhr. Ultimate hat ja auch mit Subs nichts zu tun. Also ich, diese Symbole vorne ist mir persönlich komplett wuppe. Ach, halten. Oder was? Linke Maustaste, aber es funktioniert nicht. Ob jemand es ein Geld für einen Sub ausgibt oder nicht. Man bemisst Menschen allgemein nicht nach irgendwas, was mit Geld oder sonstigem zu tun hat. Nee. Kommt ihr hoch, Crazy Hotze? Danke, Stille. Ach so meinst du das, Massive, okay. Doch, nee, Reiger, ich vertraue dir. Ach, jetzt macht er das. Ach, jetzt. Spielst du den offiziellen Server? Wir haben uns hier auf der neuen Map auf Rasselbande eingeloggt. Endlich mal kein Cyberfunk. Alle spielen das. Alle spielen das. Wie kann ich den Chat ausblenden hier? Das muss ich dir jetzt auch sagen, aber... Hallo. 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 Junge, wie krieg ich mal den Chat aus? Ich weiß nicht. Wo? Nee. F11. F11? Nee. Scheiße. Weiß ich auch nicht. Wer ist denn mit Escape? Und in die Hose stecken, achso. Okay. So. Wo müssen wir hin, Crazy? Ich weiß nicht. Ich hab nichts zu essen, gar nicht. Wieso bin ich jetzt auf Platz 2? Ich war die ganze Zeit auf Platz 1. Ich hab ne Taschenuhr. Ja, der ist, ja. Mach mal schon mit der Uhr. Oh, da hat sich einer vorgeschrieben. Keine Art. Okay. Seid ihr auf der Whitelist? Nee, du brauchst für... Nee, die Whitelist. ...da nicht, keine Whitelist. Komm, Crazy, komm Junge, ich bin ab Riffrieren. Wohin? Hast du deine Werbepacks aktiviert? Ja, eins. Ich mach beide. Ich guck grad, wie man den Chat ausblenden. Ich wurde nach hinten gestuft. Ja, hat sie bloßes Stubb? Ja, die ist... Ich bin schon dreimal gestorben. Die ist schon... Oh, jetzt aber. Gibt's da keinen Chat? Oh, die Musik ist aber schön. Welche Musik? Ich war das Musik an. Ja, bei Daisy, ja. Ja, stell direkt bei uns. Ja. Nee, keine Ahnung. Okay, wohin? Äh, Süden. Wir sind da oben im Norden, ne? Ja. Warum in den Süden? Ja, weil es ja vielleicht, wer immer ist. Meine Nuh und alle sind. Ja, dann komm, wo sind die anderen? Ich bin im Ladeball. 2,6. 2,6. Ich bin grad gestorben. Ja, dann spawn neu. Fission, na? Fischer. Geh mal, was zu schießen. Ja, wie schiefer zum Schießen. Ich bin doch selbst grad gespawnt. Ach so. Aber wir können in die Stadt laufen. In die Stadt? Ja, die einzige. Wie, die einzige? Ja, die einzige im Norden. Das ist jetzt die neue Map, oder was? Ja. Die Uhr zeigte die Frostanzeige an Unterkühlung. Rasselbande, Sabi. Rasselbande. Ich bin auch hier. Die neue Map Namals. Wo bist du? Da ist crazy. Hottest du? Ja, wo denn? Ja, Moment. Ach, da hinten. 970 Meter. Ein Kilometer, okay. Hallo. Hallo. Wind aus W.O.W. Echt jetzt teak? Nee, die ist free. Die ist free. Ich muss meine Maus aber neu einstellen. Hier stimmt irgendwann nicht. Das ist viel zu schnell. Also nicht, nicht. Ich stelle es ja auch immer leise. Vielleicht dich da nicht. Nicht dich neu einstellen. Hier brauchst du was zum Schieben. Ja, gib her, Junge. Ja, warte, lass mal. Ich bin hier am Wasser. Hier sind eisscheu. Ist ich schon voll? Ja. Pass auf, da kommt einer. Wo? Hier draußen. Ich kann sie nicht nehmen. Wie? Nee. Ach, ich muss ja da hin. Warte, dann nehme ich mal. Warte. Die Munition auch nicht. Ey, warum kann ich nicht nehmen? Nein. Oh, crazy. Okay. Warte. Geh den Schupe. Zieh die an. Wo schießen die? Die Maus ist viel zu schnell reingestellt. Ach, scheiße. Du hast doch an deiner Maus, hast du doch eine DPI, ne? Ja. Oh nein, warum kommen die jetzt? Wer sind die jetzt da? Wer sind die Zombies? Sie leckt mich am Arsch. Wo bringst du mich hier hin, Junge? Ich bin gleich tot. Ja, pass auf, oder? Liegt gleich tot. Ey, wenn man das lange nicht mehr gespielt hat, dann ist das aber wieder ungewohnt, wa? Es schneit. Boah, ihr seid alle auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie schlecht ich in Schießen bin. Hallo. Boah, das ist wie draußen, momentan das Letcher. Ich kann ja nicht schlecht da rüberschwimmen, oder? Geht nicht die, toi, jemand? Ja, mach doch nicht die Türe zu, die Idiot. Ich komme euch retten. Hilfe. Was ist, äh, das hier? Warum geht das nicht? Warte, muss ich drücken, ach so. Wo ist die, die Maus ist aber zu langsam jetzt. Oh, dein Ernst. Warte, wo ist die? Ich glaube, ich gut. So. Hier ist sie, ach so, du bist du. Du bist du. Hilfe. Ich komme gleich. Dem habe ich voll die Picke ins Kreuz gehauen. Wo kommst denn du hier? Okay. Hinter dir. Au. Au. Ich hab ihn jetzt. So, ich hab ihn. Oh. Oh. Scheiße, war vergattet. Warte, du sterben. Von wo? Ich blute. Ich zucke schon wieder zusammen, volle, volle. Oh. Ha. Ich hab ihn. Echt? Wo, was hast du gemacht? Ja, ihm umgelegt. Du hast doch gar keine Waffe gehabt. In der Wiese. Wo? Ja, hier vor mir. Ja, da, links. Ja, da, rechts. Hallo, Lübs. Oh, der hat Waffen und alles crazy. Ja, hier ist er. So, wird die kommen auch? Ich komm euch jetzt retten. Hier, da sind noch Knarren drin, ne? Ja, warte, ich komm. Was denn das? Ist da gefährlich? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Warum schreit ihr denn die ganze Zeit so? Nein, nein, nein. Oh. Ich hab einen Hammer. Au, ich bin auch tot. Mann. Wie tot. Ich hatte gerade alles gelootet von dem Mann. Ach, ernsthaft, jetzt kann ich wieder gehen? Ja, was? Respawn. Oh, Mann. Oh, Mann, du. Drecksspiel. Lübschner. Ich hatte meine Waffe nicht zu leisten. Also langsam. Respawn eigener, respawn zweifel. Ja, du kannst jetzt mit deinem eigenen Charakter respawn. Wie, eigenen? Ja, den hast du mit dem Hauptmenü erstellt. Warte, ich will auch was im Hauptmenü. Ja, aber dann musst du wieder wachten. Ushina, wie geht's dir? Nächste Mal. Nächste Mal. Ach, wittig. Ja. Was ist das? Ach so. Ich bin das. Warum siehst du so aus wie ich? Ach, du Scheiße. Warte, Heatpack. Ich halte die linke Maustaste. Ja, Lübschen, alles ganz gut. Da pass' es. Jetzt, okay. Was macht jetzt die Uhr? Egal, ich werfe die immer weg. Hallo, Brötzstift. Brötzschiff, wie geht's dir? Alter Mann, Tod. Ja. Ach, wie alter Mann. Wow, hast du nicht gesagt, oder? Wie geht's dir alles gut? Okay, wir sind die gekommen. Ist aber winters, die Schlimmen fängst nicht an zu schimmeln. Sind wir alle gestorben jetzt? Nee, ich nicht. Ich weiß ja nicht mal, wo Rotze ist. 1,7 Kilometer da vorne. Ach, warum töntest du dich nicht? Weil ich trotzdem nicht bei euch respawn. Habe ich ja schon gemacht. Hallo. Ich bin jetzt ans Wasser gestorben. Hallo. Wieso sehen wir alle gleich? Was ist denn mit euch? Wow. Guck mal, ich bin der eine von den Backstreet Boys. I'm telling up my heart when I wish you. Wie heißt der Aaron Carter? Nick Carter. Nick Carter. Aaron Carter war der kleine Bruder. Ach so. I did it my way. Tell me why I hit you. Alles gut, Gerrit, und hallo. Ja, hallo. Ja, aber hier ist doch wieder, wo wir gerade gestorben sind. Ja. Ja, da habe ich jetzt doch mal hin. Ach, crazy. Da hat ich mich nicht gestorben, David. Nope. Und hier spotte ich immer neues Zeug. Echt? Ich glaube mal als Klo. Ich habe einen Anglerhut. Nicht gut. Wieso kann man die? Die SKS nicht nehmen. Welche SKS? Die hier am Boden liegt. Oh, ich drücke mal I. Die, die keine. Doch. Ja, weil du die nur siehst und die ja einen Starr ist wahrscheinlich. Jo. Einfach mal blünzeln. Einfach mal. Ich habe eine Pistole mit fünf Schuss. Das ist gut. Hallo? So, wohin? Ich bin hier im Gebäude. Der hat die SKS gelootet. Nee, ist doch billig die Waffe. Da, 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 da. Aber die Pistole. Seid ihr über den DCSR Launcher? Ja. Ja. Über den DCSR. Hä, geht doch da hin. Pullover abgenutzt. Och, ich bin zu blöd, die Tür hochzulaufen. Keine Ahnung. Hier, Gerrit, warte. Warte hin. Oh, ich habe eine Schirmmütze. Achso, warte. Hier, ob WK. Ich habe keine Ahnung, was du für eine Money nimmst. Halbschuhe. Hier, zwei Schuhe oder so. Die WK ist doch eine Schrotflinte, ne? Nee, Einzelschuss, irgendwie sowas. Echt? Ja. Wer lädt er? Ich habe geladen. Oh, das ist direkt hier vorne. Hat's nicht. So, das auf die 1. Das auf die 4. Ähm, es ist aber scheiße kalt. Wir müssen weg hier, ne? Wir brauchen Klamotten oder sowas. Ja. Ich habe eine Mütze. Och, ich kann schon. Warte, ich. Ha! Wer lädt hier? Ach, das kann ich nicht. Das ist nicht laden, das ist in der Hand. Ja, in der Hand nehmen, hast du halt genommen. Feuerzeug, was denn das? Ne Plan, ne? Oh, hier sind pinke Schuhe. Ja, man kann sich irgendwie so einen Unterschlupf bauen. Ich weiß nicht. Radenschuhe, ganz gut. Will jemand die pinken Schuhe? Nee. Arbeiterjacke, ist die wärmer als... Hier ist eine Gasmaske. Ach so, und du musst jetzt auf die Isolierung von deinen Klamotten achten. Hä? Wo sehe ich denn hier die Isolierung? Das steht rechts oben, wenn du über die Klamotten gehst. Ich habe gut isoliert. Moderat isoliert. Ich habe eine Wanderjacke. Schwach, okay. Also ist die Jacke ja besser. Soll du in der Feuerwehr drin? Ich schuhe mir hier gerade eine Feuerwehrhose. Wie? Ach ja. Da muss ich jetzt mal meine Sachen wieder reinpacken. Da. Ist eine Uhr dabei, oder was? Das? Oh, Hotz ist auch gleich da. Yay, jetzt mal alle endlich zusammen. So. Mach jetzt die Tür zu. Was war das? Nix. Ich hab nur einen Hammer. Der ist auch ein Feuerwehrhelm. Ich hab auch schon einen. Ich hab dann mal hier hoch. Hallo, Bierbischler. Bierbischler, wie geht's dir? Alle anderen spielen Cyberpunk, ja. Ja. Seid ihr bei DZ? Ja, genau. SMF, grüß dich. So. Wo müssen wir jetzt hin? Irgendwie military oder was? Ich warte hier an der Türe. Ja, im besten Süden oder so. War ich auf Streichhölzer. Oh, wirklich? Ja. Das ist gut. Okay, dann let's go, wa? Ja, wo ist was für? Hat man hier irgendwo auch Kompass? Oh, hier ist eine sehr gut isolierte Jacke. Die nehm ich. Ah, okay. Braucht jemand jetzt noch ne Jacke? Weil hier liegt jetzt noch ne Wanderjacke von mir. Halt, stopp. Ja, ich hab auch keine. Also ich hab den Chat jetzt irgendwie ausgeblendet mit Escape-Optionen und dann hier Chat einfach alles stärktiviert. Nenn ich dir mal mit. Chat, wo? Optionen. Und dann links Chat hast du ja alles stärktiviert. Achso, okay. Ich hab den jetzt irgendwie nicht mehr. Okay, ja, dann let's go. Wo hast du? 100 Meter. 892. Pyro. Ja, rücken ist immer noch, aber nicht mehr so schlimm. Aber ich merk jetzt schon wieder die Oberschenkel, wie die am Ziehen sind, alle beide. Also ich hab zwei Sachen für dich zur Auswahl. Da ist eine Jacke oder einen gut isolierten Pulli. Ja, wir müssen aber erstmal hier ein bisschen weg irgendwie ein paar Meter. Ja, der kommt. Wie ist denn? Oh, hier wird geschossen. Siehste? Auf dich? Keine Ahnung. Ja, raus hier, komm, andere Seite. Ich find die Türe nicht. Ja, heute, komm. Warte doch. Hallo, Willi. Du rennst ja mitten darauf hin. Willi, na? Ja. Komm. Was hast du denn du schon, Alice, Rutsche? Das ist ein Stock. Ich bin hier in der Tanne. Ja, komm. Bist du kalt? Was ist denn mit dem Stock? Oh, hier ist ein Military-Ding. Wo ist hier? Ja, ist... Da waren wir doch gerade. Achso, ja, wir müssen ja in den Süden, ne? Wo ist denn hier? Ah. Und hallo, Hans-Burz. Aber vielleicht ist ja was neuliches Polen. Hans-Burz, na. Willi, wie geht's dir? Du hast hier ne Waffe? Ich hab... Komm her, warte, warte, warte hier. Nimm die BK. Sind zwei Schuss drin, hier. Boah, hier siehst du ja nicht viel, wa? Boah, ich wollte hier mitnehmen. Holze Plums hier! Guck mal, kannst du dir aussuchen. Welche unternehmst? Die Jacke oder die Poli? Sind beide, glaube ich, gut isoliert. Ja, wollte ich auf der Straße stehenbleiben. Ja, keine Ahnung, komm doch voran. Und da stehen... Ja, ich hab dir die Sachen da auf die Straße gelegt. Da stehen wir rum. Hat jemand ne Pistole? Ich ja. Welche? Äh, ne Beretta. Äh, komm, ja. 9 x 19. Äh, hier ist ne Walter P99. Hier, musst du ja Munition rausnehmen. Habe ich schon Munition? Die Schuhe. Lösser Schuhe an. Frag auf, ob da jemand welcher brauchen? Nee. Okay. Ja, los. Wer hat den Plan? Ja, Süden. Okay. Hier kommt was. Mit H? H? Okay, 13 Schuss. Was hast du für ne Waffe? Auch für deinem Rücken und dir geht's besser. Dem Rücken geht's wesentlich besser als wie die ersten 4-5 Tage, die man echt gefunden hat. Aber jetzt ist es okay. Wir haben gestern Abend im Stream wieder angefangen, 9 Tage frei gehabt, weil es echt nicht ging. Ich lag nur im Bett. Hab ein Kilo abgenommen im Bett, sollte man gar nicht glauben. Obwohl ich auch Schokolade und sowas gegessen hab. Was? Ja. Ähm. Ja. Das war die Schoko-Diät. Die fliegende Schoko-Diät. Aber Rücken ist grausam. Das riecht grausam. Und gestern Abend angefangen wieder, drei Stunden gestreamt und danach hast du aber auch gemerkt, das war zu viel. Oberschenkel haben gezogen, der Popo tat mir weh, der Rücken tat mir wieder weh. Und das war schon... Also ist ja noch nicht ganz weg, weißt du? Das ist das Problem. Das war aber bei mir auch schon, ne? Ich hab zwei Kilo abgenommen in der Zeit, wo ich im Bett lag. Nur die anderthalb Wochen. Unglaublich. Der getraut wie das Spider-Boot? Nee, Spider-Boot ist für den Escape. Nee, nee. Oder am Bruder-Mocklin-Holz-Wurzel oder so. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich, das ist doch auf dem Numpad, das ist bloß... Das Abnehmen ist aber, glaube ich, wirklich die Muskulatur, ne? Das ist die Muskulatur, ja. Das will ja keiner abnehmen. Hast du meinen Tipp wahrgenommen bei Insta? Was meinst du jetzt nochmal? Klär mich mal kurz auf, bitte. Was hast du für Schuhe, oder? Nichts. Ja. Wie? Mit Klamotten liegen. Ähm, worum sollen wir hin? Nach Sebian, oder was? Ja, ich hab keinen Plan, ich seh nur... Rappi. Dankeschön für 18 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Rappi. Seid ihr da? Okay. Wir haben aber nichts zu essen, oder so, ne? Nee. Oh. Ich hab Hunger, mir ist kalt. Achso, das ja gehen wollt, das weiß ich. Dankeschön. Ja, danke. Wie du weißt. Ja. Nee, bei mir geht alles noch. Ja, bei mir geht's auch, aber ich wollte schon mal so prophylaktisch... Achso. Ich bin ja auch weit gelaufen. Ich bin ja so durchs halbe Wasser geschwommen, oder? Ich bin auch nass. Das ist aber hinter uns, oder? Ja. Okay. Ja, das geht auf einmal schnell. Ich will noch rennen. Ah, guck mal, das erste Subgeschenk heute Abend. Das ist ja lieb. Graf Pyro haut ein Subgeschenk raus an Fledermausmann. Herzbekommen, Fledermausmann. Vielen, vielen Dank. Graf Pyro. Danke. Graf Pyro. Pyro. Oh, lauft wir denn hin? Wir laufen eher viel. Ja, ich weiß nicht, wo ihr lauft. Ja, du wolltest dann Richtung Süden. Hast du doch gesagt, Richtung Süden. Ja, aber es ist eher viel, wo wir hinlaufen. Ja, wir wollten doch eh Waffen haben und sowas, ne? Komm. Ja, aber dann müssen wir euch. Stimmt. Nass ist okay, feucht wird das seltsam. Aber hier ist so eine Brücke oder sowas, ne? Oder was ist das? Ja, ein Ufer. Ja, ein Ufer. Ja, ein Ufer. Das Rohr, so. Scheiße. Naja, ich muss jetzt gerade drüber nachdenken, ich finde beides eigentlich seltsam. Ich finde das angenehm. lecker, ne? Guck mal, ich habe dickes Rohr gefunden. Ja, hier stehe ich, warte. Wo fällt die Mauer? Wie ist es mit Familie Britschef, alles gut? Warte, wir müssen rechts lang. Rechts? Ja. Ja. Hey, Ludan. Wow, hast du aber heute lang gemacht, oder dennis? Zutaten für ca. Ja. wie guten Ei-Likör. Ja, Ei-Likör ist geil, oder? Ich kann zwar nicht viel davon trinken, aber es mal so, so ein Piniken hier mal, das ist schon mal lecker. Ja. Alkohol. 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 Ja, ich hoffe halt, dass sie den Lockdown wirklich erst nach Weihnachten machen. Keine Ahnung. Ich habe gehört irgendwas ab dem 24. oder so. Ich weiß es nicht. Was hat der Friseur mir erzählt. Rasselbande, du. Show. Rasselbande. 200 Meter, da kommt schon ein Military. Okay. Oh, ihr windet's aber. Ja. Aber die Feuerwehrkleidung ist gut, ne? Ja. Ja, ich friere. Eierlikör am besten. Ja, Eis, ne? Auch, ne? Ja. Oh, ja. Ihr müsst mal aus Eierlikör so Süßigkeiten machen. Da gibt's so kleine Kugeln mit Schokolade. Weiße Schokolade, dunkle Schokolade. Kannste selber machen aus Kuvertüre. Oh. Ich will Marzipan. Da. Oh, so eine Marzipan-Torte. Achtung hinter dir, danke schön. Hallo, Achtung hinter dir. Okay, rein hier. Was hab ich hier in großen? Da kannst du gar nicht rein. Na hier. Wo seid denn hier hin? Was ist denn das? Hier liegt ja gar nix. Hier liegt nix. Gefängnishose. Schwach isoliert. Scheiße. Hier kommst du gar nicht rein. Die ist schlecht isoliert. Verdammt, ich würd so gerne Leggings tragen. Die ist ja nix. Eine Strickmütze. Präparaturset. Magazin-Ding. Wir können überhalten. Ja, ja, dings. Dankeschön für 10. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ja, dings. Wo gehen wir hin? Hier ist ja gar nichts. Hier ist eine Plattenweste. Ja, ich hab schon eine. Warte, ich nehme mit. Jo. Ich hab sowas komisch so auf dem Rücken. Was ist das? Sag mal. Ja, ja. Was ist das? Kann ich das mein Kind hinten drauf spannen? Was ist ein Rucksack? Ja, hä, was das für ein Rucksack? Was spannt der denn da? Was, das liegt da am Boden? Scheinwerferlampe. Aber was ist das denn? Ist so ein Technion, ja. Hat jemand ein AK-Magazin? Nochmal, was ist auf der Acht da oben? Die Map, die geht noch weiter, oder was? Jo. Weil bei mir ist ja alles weiß. Ja, das ist hier Eisschollen, was auch immer. Ach so. Ja, ich hab sie auch gesehen. Die Schollen. Ähm, ja, soll man nach Sebian oder nicht? Ja. Wer braucht gerade plötzlich gelegt? Jo. Jo. Jo, hier hab ich noch Dat-Magazin. Keine Ahnung. Macht Zipan-Kartoffeln. Oh, nee. Das ist nicht mein Fall. Oh, doch. Marzipan-Kartoffeln. Ah, Quins, weiß einer. Dennis, du bist ja auch von, ne. Äh, wie heißen die Dinger? Die gibt's bei Nobis. Äh, das ist Schokolade. Dann ist da, gebrannte Mandeln sind da drüber. Mit so einem Bezug hier so, so. Äh, Neop... 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 nicht nur ein schnipp und nein 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 das ist schokolade in die ganz hauchdünne schicht schokolade da sind da mandeln und karamellisierte zucker erstmal darüber laufen das kiste hier bei uns in den wenn du bist bei der bäckerei und so das ist total geil der zeug der kälte dich aus hast du wieder gehört was hast du wieder gehört